Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der FileMaker Pro Videos. Das Thema für diese kurze Serie ist Variablen. Eine Variable, das ist etwas, das man in Skripts nutzen kann, also man kann damit Daten manipulieren und kurz festhalten, um sie woanders einzusetzen. Variablen sind ganz tolle Möglichkeiten, auf einfache Art Berechnungen auszuführen. Man kann Variablen sehen als eine Art flüchtige Information, eine Information, die nur für eine kurze Zeit verfügbar ist und also nicht in einem Feld abgespeichert ist. Eine Variable kann eine Berechnung enthalten, eine Variable kann einen Wert erhalten, den man einfach von Hand eingibt. Eine Variable kann auch den Inhalt von einem Feld oder das Resultat einer Suche oder ganz viele andere Sachen zusammenfassen, die dann einfach mitgenommen werden können an einen anderen Ort, um dort eingesetzt zu werden. Eine Variable erscheint mit zwei Dingen. Ein Name, nämlich vorangegangen durch ein Dollarzeichen und einen Wert. Name und Wert zusammen bilden die Variable. Es gibt jetzt zwei verschiedene Arten von Variablen und die erste ist diese, die wir hier sehen, mit einem einzelnen Dollarzeichen und man kann zum Beispiel an Variable einen beliebigen Namen mitgeben wie Startdatum und als Wert zum Beispiel eine kurze Berechnung, hohle Systemdatum. Und dann hat jetzt einfach diese Variable den Wert des aktuellen Tages und das kann sich dann so in einem Skript immer ganz einfach dann genutzt werden und das kann man irgendwo einsetzen. Es gibt aber, wie gesagt, zwei verschiedene Arten von Variablen und zwar gibt es eine Variable mit dem Namen, vorangegangen durch ein einzelnes Dollarzeichen oder eine Variable mit zwei Dollarzeichen vor dem Namen. Eine Variable mit einem Dollarzeichen ist eine sogenannte lokale Variable, sie gilt nur im aktuellen Skript. eine Variable mit zwei Dollarzeichen vor dem Namen ist eine sogenannte globale Variable und die bleibt auch gültig, wenn das Skript abgelaufen ist. Eine Variable, die besteht aus einer Doppel-Dollarzeichen plus Name, also eine globale Variable, kann jetzt auch als Merge-Variable im Layout gezeigt werden, also man kann mit diesen zwei dreieckigen Klammern dann die vollständige Bezeichnung der Variable und dann wieder mit zwei eckigen Klammern schliessen, kann man so ein Text, den man dort berechnet oder zeigt, als Merge-Variable im Layout nutzen. Das wird zum Beispiel für mehrsprachige Navigation genutzt oder es kann einfach auch für Rückmeldungen im Layout genutzt werden. Es ist also so, dass eine Variable in einem Skript erzeugt wird, das ist die häufigste Art, wie man das erzeugt. Es gibt auch noch andere, aber das ist mal die wichtigste und dass diese Variable dann auch als Rückmeldung zum Beispiel im Layout genutzt werden kann. Wie das geht, das schauen wir uns jetzt dann gleich an.